Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Mini-LEDs auf dem Vormarsch. OLEDs unter Druck. Die erbitterte Auseinandersetzung. OLED gegen Mini-LED-Technologie. Die erbitterte Auseinandersetzung. OLED gegen Mini-LED-Technologie. In der heutigen Welt der Bildschirmtechnologie sind OLED, Organic Light in Mini-LEDs, Light Emitting Diodes, zwei gegnerische Gleiten, die um die Vorherrschaft kämpfen. Sie repräsentieren die vorderste Front der Bildschirmtechnologie und versprechen Farben, Dunkelheit und Helligkeit auf eine Art und Weise zu liefern, die wir noch nie zuvor gesehen haben. OLED-Technologie, OLED zuerst. Diese Technologie ist bekannt für ihre Fähigkeit, echtes Schwarz zu liefern. Dies liegt daran, dass sie ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt, da jede einzelne Pixel selbst leuchtet. Dadurch können sie komplett geschaltet werden, um Schwarz darzustellen, was zu einem perfekten Kontrastverhältnis führt. Quelle Synet. Darüber hinaus zeigen OLED-Bildschirme oft genauere Farben und haben eine kürzere Reaktionszeit als Mini-LEDs. Mini-LED-Technologie. Auf der anderen Seite haben wir die Mini-LED-Technologie. Sie verwendet kleinere LEDs als Hintergrundbeleuchtung, was zu einer deutlich höheren Anzahl von Dimmzonen führt. Diese ermöglichen eine genauere Lichtsteuerung und somit einen höheren Kontrast und Helligkeit. Caterader. Daher sind Mini-LED-Bildschirme oft heller als OLED-Bildschirme, was besonders in hell beleuchteten Umgebungen nützlich sein kann. Zukunft von OLEDs und Mini-LEDs. Die Branche ist gespalten über die Zukunft von OLEDs und Mini-LEDs. Während einige glauben, dass OLEDs aufgrund ihrer überlegenen Farbtreue und Kontrastverhältnisse die Oberhand behalten werden, sind andere der Meinung, dass die höhere Helligkeit und beispiellose Helligkeitskontrolle der Mini-LEDs letztlich triumphieren wird. Quelle. Es ist klar ist, dass beide Technologien ihre Stärken und Schwächen haben und die beste Wahl hängt von den speziellen Anforderungen des Benutzers ab. Wie sich der Kampf weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher. Die Gewinner werden die Verbraucher sein, die von den ständigen Verbesserungen und Innovationen in der Bildschirmtechnologie profitieren werden. Autor Anita Farke. Freitag, 12. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.